Es gibt zwei berühmte Hannoveraner. Sie werden sagen, es gibt mehr als zwei, die aus Hannover kommen, aber über zwei spricht man. Der eine heißt Schröder und ist Bundeskanzler. Der andere ist ein wunderbarer Fußballer, der einige Probleme hinter sich hat. Der kommt von Hannover 96 und heißt Gerald Asamoah. Hier ist er. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, wenn ich sage herzlich willkommen. Denken Sie dann gleich an Ihr Herzen oder können Sie das einfach so hinnehmen? Ich kann das jetzt weglassen und ich habe das jetzt hinter mir und es ist vor mir schon alles. Heute hätten Sie eigentlich zum ersten Mal spielen können und hätten mit Ihrem Team mit Hannover 96 nach Wattenscheid fahren können. Sie mussten trotzdem hierbleiben. Warum? Okay, es gab noch ein bisschen Probleme, weil das Gutachten ist ja aus den USA wieder zurück. Am Donnerstagabend kam es endlich an? Ich war mir sicher, dass ich spiele, aber dann kam es am Samstag, das muss ja auf Deutsch übersetzt werden und das war noch nicht so fertig und deswegen musste ich nach Hause bleiben. Waren Sie traurig? Auch ein bisschen, weil ich habe mich gefreut, da mal dabei zu sein, aber okay, ich kann damit erleben. Trainer Franz hätte Sie ja am liebsten schon viel früher eingesetzt, aber dann hat der Klubchef Martin Kind immer gesagt, rote Karte darf noch nicht sein. Wie lebt man damit, wenn man immer warten, warten, warten muss? Okay, Mann, ich will ja immer schnell spielen, okay, das war irgendwie anstatt zu früh, weil ich hatte erst irgendwie da mal mit der Mannschaft trainiert oder so, aber obwohl der Trainer meinte, ich wäre fit, okay, ich habe ganz schön gut trainiert und ich hätte mir irgendwie zugetont, dass ich irgendwie spielen konnte, aber irgendwie nicht, dass ich irgendwie 90 Minuten da irgendwie rumlaufen kann und so, aber für 60 Minuten hätte ich das gewählt und so, aber ich war ganz schön enttäuscht, wo ich das gehört habe. Jetzt wollen wir uns mal angucken, wie Ihre Mannschaft gespielt hat ohne Sie. Sie hat das ziemlich gut hingekriegt, durften wir schon mal verraten. Unser Mann in Wattenscheid ist Wolfgang Biereichel. Sie waren nervöser als sonst, denn der Trainer hatte gleich die halbe Mannschaft von Hannover 96 umgekrempelt. Hauruck-Konsequenz von Reinhold Pfanz nach sechs Auswärtsniederlagen hintereinander. Im Klartext fünf Spieler raus, fünf neue Spieler rein. Und die Wattenscheider, die bis dahin nur eine Heimniederlage kassiert hatten, sofort spielbestimmend. Und glänzende Abwehrreaktion von Jörg Sievers, dem 33-jährigen Oldie im Tor der Hannoveraner. Gerade mal drei Minuten gespielt und die neu formierte Elf mit dem ersten Schrecken. Reinhold Pfanz. Nach sechs Auswärtsniederlagen musste er einfach etwas riskieren. Nach vorn hieß seine Devise und seine Spieler reagierten. Mit Zweikampfstärke und einem alles überragenden Otto Addo im Mittelfeld. Hier hat er den Ball. Dieter Hecking sieht den herausstürzenden Andrzej Kowilanski und nach nur zehn Minuten die überraschende 1 zu 0 Führung. Gefühlvoll die Flanke, genau auf den Kopf von Kowilanski und keine Abwehrreaktion bei Wattenscheidstorhüter Peter Martin. Reinhold Pfanz konnte es auch kaum glauben, was er da erlebte. 96, weiter Volldampf. Und nur wenig später fasst das 2 zu 0 durch Markus Kreuz. Wieder glänzend freigespielt, wieder über den linken Flügel. Markus Kreuz. Kaum zu halten, wie auch in der folgenden Szene. Fast dieselbe Position. 2 zu 0, 19. Minute. Glänzend freigespielt und dann auch noch den Gegenspieler ausgetrickst. Wieder mit links, aber diesmal mit dem Außenriss. 2 zu 0 und das gegen eine Wattenscheiderabwehr, die bis dahin in neun Heimspielen erst sechs Gegentore zugelassen hatte. Der Trainer und der Manager gleichsam überrascht, denn das Spiel fasst Einbahnstraßenfußball. Stefan Blank. Wieder ein Angriff über die linke Seite. Und nur eine Minute nach dem 2 zu 0, das 3 zu 0. Otto Addo, überglücklich nach diesem Volltreffer. Ein typischer Sonntagsschuss, wenn auch leicht abgefälscht und somit unhaltbar. Stefan Blank wird nicht konsequent attackiert und das die Quittung. Drei Tore innerhalb einer knappen Viertelstunde. Und auf den Rängen spielten sie verrückt, brannten Feuerwerkskörper ab. Denn wann hatte es das schon einmal gegeben? 3 zu 0 für 96 nach nur 21 Minuten. Und das Ganze ohne Gerald Asamoah. Trainer Pfanz wird wohl auch in der nächsten Zeit auf ihn verzichten müssen, obwohl Washington grünes Licht gegeben hat. Das ärztliche Attest ist also am Freitag da gewesen, ist natürlich ein Fachattest und das muss jetzt übersetzt werden, also von Fachleuten, weil das ja von Ärzten auch übersetzt werden muss. Und dann geht das alles weiter seinen Gang. Ich nehme an, dass wir bis nächste Woche, bis Karlsruhe schon wesentlich weiter sind. Wattenscheid auch mit seinen Neueinkäufen Stefan Kohn und Heiko Scholz gegen die kompakte Hannoveraner Abwehr ohne ernsthafte Torschance. Trainer Bongartz ratlos, Pausenstand 0-3. Hannover für 3 zu 0. Glauben Sie an ein Wunder? Na gut, im Fußball geht alles so schnell. Man hat gesehen jetzt auch zum Schluss, als es ein paar Mal gebrannt hat bei uns, wir dürfen kein Gegentor bekommen, schon werden die Spieler wieder nervös, weil das Selbstvertrauen ist nicht so groß nach den vielen Niederlagen, dass man da dann die Ruhe behält. Wir müssen umgekehrt natürlich im Konter das Vierte machen und dann haben wir es gewonnen. Hannover blieb gefährlich, immer wieder mit Kontern. Harald Gärten, ein Abwehrspieler. Sie waren dem 4 zu 0 tatsächlich näher als Wattenscheid, dem Ehrenkreffer. Und so blieb es beim hochverdienten 3 zu 0, Hannovers zweiter Auswärtssieg. Man muss sagen, wir haben diesmal das Glück gehabt, dass wir aus der ersten Chance gleich ein Tor gemacht haben. Und dann haben wir relativ gut nach vorne gespielt. Und das zweite und dritte Tor war natürlich Gold wert für uns. Es gab Sicherheit und in der zweiten Halbzeit hatten sie ja gar keine Torchance mehr eigentlich. Ja, man muss dazu auch sagen, wir hatten in einigen Spielen auch sehr viel Pech gehabt. Da waren wir teilweise gleichwertig oder die bessere Mannschaft und da haben wir Pech gehabt. In den letzten Spielen haben wir alle ganz schlecht gespielt und diesmal war es natürlich eine hundertprozentige Leistungssteiger. Und wir hatten natürlich auch das nötige Glück am Anfang, dass da das ein oder andere Ding reinging, wie zum Beispiel von mir. Also ich habe, glaube ich, noch nie so ein Tor geschossen. Und hier ist es nochmal Otto Addos Superding. 3 zu 0. Das Risiko hat sich ausgezahlt mit fünf neuen Spielern. Und wenn Asamoah wieder dabei ist, dann soll es noch besser werden. Es wird auch besser werden und sechs verlorene Auswärtsspiele. Serie wurde durchbrochen mit einem Sieg. Die hätte es vielleicht auch nicht gegeben, wenn Sie hätten spielen können. Der berühmt berüchtigte Tag, 27. September nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli, wo Sie zum ersten Mal Schwindelgefühle hatten und Schweißausbrüche. Wie oft denken Sie an diesen Tag noch zurück? Okay, das ist jetzt irgendwie falsch hingestellt. Das war so nach dem Spiel, ich war vor dem Spiel, hatte ich ein bisschen Korsschmerzen und so. Und das war ganz schön schwul an dem Tag. Und nach dem Spiel bin ich dann ins Wippum gegangen und dann war mir kurz schwindig. Aber war nicht so, dass ich irgendwie zusammengebrochen bin oder so. Das war nur so kurz schwindig. Und dann habe ich noch Schweißausbrüche gehabt und habe ich dann im Wippum was getrunken, super getrunken und mir ging es ganz schön gut. Und ich sollte dann nächsten Tag irgendwie zum Arzt und Vorsichtsmaßnahmen gucken gehen. Und da war ich, da haben die das irgendwas entdeckt. Okay, es ist für mich jetzt ganz schön gut gelaufen, dass sie jetzt irgendwie ganz schön viel entdeckt haben. Dass die Herzwände verdickt sind. Ja. Und damit begannen zehn aufregende Wochen, die auch eigentlich dramatisch waren für Sie, für die Mannschaft, Ihre Familie. Boris Puschowski fasst diese zehn Wochen zusammen. 85 Kilo geballte Kraft und Dynamik, Gerald Asamoah. Zu Beginn der Saison war er die große Hoffnung von Hannover 96. Die Tore des 19-Jährigen schon Erstliga-reif. Doch der 27. September sollte sein Leben verändern. Nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli, es war ein schwüler Tag, bricht er im Wippraum zusammen. Später wird in Hannover ein Herzfehler als Ursache festgestellt. Eine weitere Untersuchung in Tübingen bei Professor Dickhut zerstört auf einen Schlag den Traum von der großen Karriere. Asamoahs Herzwände sind zu dick, Rhythmusstörungen die Folge, die Empfehlung kein Leistungssport bis auf weiteres. Die Goethe-Straße 12 in Hannover. Der Abwurshop der Familie Asamoah. Vater William war geschockt über diesen Befund, wie jeder, der Gerald kennt. Die Hoffnung hatte er trotzdem noch nicht aufgegeben, denn eigentlich war sein Sohn doch körperlich so gut drauf. Er ist 100% topfit. Körperlich topfit. Beim Inneren, was ihm das alles gesagt hat, ist ganz anders. Wegen dem Herz. Im Aufstiegsjahr machte sich Gerald Asamoah für seinen Verein fast unentbehrlich. Seine Tore weckten das Interesse diverser Bundesliga-Klubs, besonders das des HSV. Inzwischen wurde sein Marktwert auf rund 10 Millionen Mark geschätzt. Er hatte eine glänzende Karriere in Aussicht, doch alles nur solange er gesund war. Seit diesen Monaten saß Hannovers Wertvollster nur noch auf der Tribüne. Doch es konnte doch nicht sein, was nicht wahr sein durfte. Asamoah wurde vor drei Wochen zu einer weiteren Untersuchung nach Washington geflogen. Das Ergebnis machte neuen Mut, hinterließ aber immer noch Zweifel. Sie haben ihn eingestuft in einer niedrigen Gruppe, in der niedrigsten Gruppe überhaupt. Und Sie glauben, dass das Risiko, damit dann tot umzufallen, weitaus kleiner als ein Prozent wäre. Die Ärzte haben das gesagt, das sind die Spezialisten, die auch mit schwarzen Spitzensportlern Erfahrung haben, ganz anders wie bei uns in Deutschland. Und dann steht dem nichts im Wege. Ob verantwortungsvoll oder nicht, inzwischen ist das Attest der Amerikaner da und Asamoah ist wieder dabei. Und alle wünschen ihm vom ganzen Herzen, dass er auf seine gesunde Art noch lange so Fußball spielen wird. Ganz viele gute Wünsche, nicht nur von den Kollegen, Reporter-Kollegen, auch hier vom Publikum. Wie war das denn nun, als Sie nach Amerika gefahren sind? Waren Sie zum ersten Mal in Amerika? Okay, das war für mich das erste Mal, obwohl ich auch nicht so viel gesehen habe, als ich da war, war ich eine Woche da. Sie mussten nach Washington? Nach Washington war ich und war ich eine Woche ganz am Krankenhaus und wurde jeden Tag, sagen wir mal, fast vier Mal untersucht am Tag. Was haben Sie denn alles gemacht? Oh, alles Mögliche. Was ich da gemacht habe, habe ich fast, ich habe das auch nie hier in Deutschland gemacht und das war ganz schön, ganz schön viele Sachen für mich. Und die Zeitumstellung war für mich auch ganz schön was Neues. Sie sind ja neun Stunden geflogen, oder? Ja, neun Stunden geflogen und so. Und okay, die Zeitumstellung ist ja sechs Stunden irgendwie und dann muss ich, wenn es da um vier war, war hier in Deutschland schon 22 oder so. Und dann war ich auch schon müde, aber da muss ich irgendwie ganz schön viel Versuche machen, irgendwie sagen, ganz schön viele Dinger machen, sagen wir, laufen oder so. Also Fitnesstests und alles. Und das war für mich ganz schön viel und obwohl es hat schon ganz schön Spaß gemacht. Das heißt, sind Sie wenigstens, Sie sind zusammen mit Ihrem Mannschaftsarzt dahin gefahren, Sie waren nicht ganz alleine? Ja, unsere Mannschaftsarzt war bei mir und okay, wenn ich alleine da gewesen bin, mein Engel ist auch nicht so richtig gut. Und ein Fachmann, der sich auch ein bisschen aus dem Haus kennt und so. Und das war wichtig für mich. Sind Sie wenigstens mit einer dieser Stretchlimousinen abgeholt worden, um zum National Health Center zu fahren? Oh, ne, ne, ne. Nicht? Aber Sie sind zehn Millionen Mark wert, habe ich gerade gehört. Das wäre doch das Mindeste. Ne, wir sind selber rumgefahren. Wir haben ein Auto bekommen und sind wir immer auch da selber rumgefahren, ja. Haben Sie auch was gesehen von Washington? Das Capitol, Bill Clinton? Okay, das letzte Tag, wo alles, das Ergebnis bekannt gegeben wurde, sind wir dann irgendwie für zwei Stunden irgendwie da rumgefahren. Da habe ich das Weiße Haus gesehen und ein paar Dinger noch mehr. Doch ein bisschen Sightseeing-Tour gemacht. Ja, das war schon, ja. Sind Sie neugierig geworden auf Amerika nach diesem Kurztrip? Oh, okay. Ja, hoffentlich, vielleicht fahre ich irgendwann mal wieder hin, um irgendwas zu sehen oder so. Aber das war zu kurz für mich, irgendwie da was zu sehen oder so. Aber vielleicht fahre ich irgendwann mal mit meiner Familie dahin oder so. Dann kamen Sie zurück nach Hannover. Alle waren ganz, ganz neugierig. Und dann sind Sie aber der Presse davongelaufen. Es gab eine richtige Verfolgungsjagd, auch fast wie in Amerika im Krimi. Und Sie sind weggelaufen von der Presse. Warum? Sie hatten keinen Nerv. Okay, ich war ganz schön kaputt irgendwie nach dem Flug und so musste ich irgendwie, hatte ich irgendwie keine Lust, irgendwie da mich hinzustellen und irgendwas zu erzählen oder so. Okay, das war ja schon bekannt, dass das irgendwie das grüne Licht gab und so. Also bin ich dann einfach so nach Hause gefangen, um zu duschen und alles. Und ich war ganz schön fertig. Und das war ganz schön gut für mich dann, so allein einfach abzuhauen. Ja, ganz schön fertig ist man ja auch. Sie sind 20 Jahre alt. Wenn man auf einmal hört, Sie können eventuell nicht mehr Ihren Beruf ausüben, ja, weil das gesundheitlich nicht möglich ist. Sie standen sozusagen kurz vor einem Berufsverbot. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Okay, das war ganz schön was Neues für mich, weil Fußball ist fast das Leben für mich. Ich habe immer Fußball gespielt und das war irgendwie, als ich das gehört habe, der spinnt bestimmt, weil sowas habe ich noch nie gehört, dass ich irgendwie jetzt aufhören sollte oder so. Weil ich war vor dreiviertel Jahr auch beim Arzt und er meinte, dass das auch da ist, aber der hat mich spielen lassen und da war kein Problem. Und dass er sagt, dass ich nicht spielen kann, ich dachte, der wäre verrückt. Aber anstatt war das ja das Ding da. Denkt man dann manchmal, warum passiert gerade mir so etwas? Man denkt ja an alles und so. Man sagt, warum muss mir das passieren? Es gab ja auch Zeit, wo ich da Angebote hatte und so und irgendwie mit Nationalmannschaft und alles und da kam sowas dazwischen. Ich weiß, Gott weiß, was er tut und da muss ich daran glauben. Gott hilft, die Familie auch? Ja, stimmt. War ein großer Rückhalt. Die Familie hat ganz schön geholfen und ich meine, ich könnte mit meinen Eltern und meinem Vater ganz schön reden und der Trainer war auch immer für mich da und ein paar Freunde noch. Und die Mannschaftskameraden? Okay, da waren noch viele, die immer angerufen haben und so. Die waren auch ganz schön für mich da, die haben immer angerufen und gefragt, wie es mir geht und so. Okay, danke schön nochmal in die Mannschaft. Ja, und jetzt geht es darum, jetzt wollen wir, dass sie ganz schnell spielen können. Das heißt, das Gutachten muss übersetzt werden und der DFB muss das auch noch genehmigen oder muss ein Okay geben. Ja, stimmt. Was muss noch alles passieren? Okay, ich muss nochmal so einen Leistungstext machen und das zum DFB schicken und das Gutachten muss übersetzt werden und dann glaube ich, dass ich Spielbenäume bekomme. Das heißt, gegen Karlsruhe nächste Woche sind Sie dabei? Davon gehe ich aus. Ich hoffe jetzt, dass ich da irgendwie schon auf dem Bank sitze. Wir drücken Ihnen die Daumen, wir wünschen Ihnen alles, alles Gute. Der Nikolaus war natürlich hier, habe ich schon gesagt. Es gibt eine Sport 3 Uhr, die gibt es nicht von ihm, die gibt es von uns. Die gibt es auch für Sie, wenn Sie die bestellen wollen. Wir blenden das gleich ein. Und dann gibt es noch ein schönes Buch, ein wunderbares Buch. Thor heißt das, 100 Jahre Fußball über die große Leidenschaft Fußball. Ist vielleicht auch für Sie ein Weihnachtsgeschenk, wenn Sie wollen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute. Sie wollen ganz bestimmt auch wissen, wer sonst noch gespielt hat in der 2. Liga. St. Pauli nicht, das Spiel ist ausgefallen in Stuttgart. Und hier die Ergebnisse der Mannschaften, die spielen durften. Fortuna Köln gegen Gütesloh 3 zu 2, KSC gegen Unterhaching 1 zu 0. Unentschieden, Uerdingen, Cottbus 0 zu 0. Greuther Fürth gewinnt mit 2 zu 0 über Ulm. Beide Tore schoss ein Ex-Vaderaner, Van Lent. Düsseldorf gegen Oberhausen, unentschieden 2 zu 2. Wie gesehen, Wattenscheid verliert hoch mit 0 zu 3 gegen Hannover 96. Tennis Borussia Berlin gegen Mainz mit 3 zu 0. Ausgefallen, wie gesagt, St. Pauli und auch Köln gegen Bielefeld. Ist nicht ausgefallen, sondern findet am Montag statt. So, und an der Tabelle vorne Ulm, Unterhaching und Bielefeld. Und auf Platz 11 Hannover. Und die werden jetzt mit Gerald Asamoah langsam, aber sicher sich nach oben spielen. Da bin ich mir ganz sicher. Ung St. Pauli kämpft noch gegen den Abstieg. Und hat gerade mal 3 Punkte mehr als Wattenscheid. Und die stehen schon auf einem Abstiegsplatz. Jetzt machen wir einen Sprung in die 1. Liga. Das Tollhaus der Bundesliga steht. Und das wissen wir nicht.